ein ganz herzliches willkommen bei blacktree gaming heute wieder valhalla mit dem baumeister phil wir bauen gerade unsere portal halle für das portal das wird demnächst bauen werden wir haben das hier platziert da ist unsere aktuelle halle werkstatt lager kennt ihr ja absichtlich ein bisschen hier hinten quasi offen gehalten weil wir ohne das passt so nicht vielleicht in zukunft noch mehr portale kriegen werden und deshalb das ganze erweitern müssten deshalb haben wir gesagt wir machen das hier hinten erweiterbar stütze stütze erstmal ach komm äh zack zack passt das nicht 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 nichts aber gute frage viel in der höhe das oberste abflachen die oberste oberste dach macht irgendwie immer so geiles ding finde ich ja mit oberster reitern mit 26 grad mit vier st oder man soll man vier streiten bauen also wir können einen eigenen fest reinbauen oder wenn man neben das vier stach der eigenen fest geht es nicht weil gerade sind hat ich zeigst du mal was ich denke ich glaube ich weiß wie du meinst so und jetzt die 26 grad dinge oben auch ein bisschen runter ist da ja fällt mir irgendwie als besser bei so großen das ist der alte fest ja genau so Oh, nein. Das ist eine mystische Halle hier, muss man ein bisschen verzieren. Brauchst du noch was Bestimmtes gerade im Lager? Kohle. Kohle haben wir im anderen Ding hier. Miete. Ich hole es mir dann. Wir lassen jetzt mal auch offen oder? Wir machen jetzt nicht hier schon zu, oder? Kann sein, dass das Portal geschützt werden muss, aber keine Ahnung. Okay, komm. Mal reißen. Mach's klar. Wir machen jetzt einen H knifflen. Weitere kurz. Wir sehen uns jetzt weiter. Wir wissen einfach mal, aber ich beケ Feldy patient, versuchen das favorite Nagel, die die Gäste heute auf dem Daumen und ver Mamch. Wir sehen uns auchpolemak�트, weil wir unseren einem Daumen nachartement als umd "'Einwerg' an", das au bachelor Aphmautit cient lässt aber irgendwie einfacher. Wir hören uns um euch irgendwie nach Meh– Vielen Dank. Dann machen wir Palisade jetzt erstmal wieder hin. Ne, brauchen wir hier nicht, oder? Ich weiß nicht, ob die die Wände nicht hier schneller durchkriegen. Oh. So, ich würd's jetzt eher mal hinsetzen. Ich würd's jetzt mal so hin. Ach, fehlt mir da jetzt. Gut, der Hammer. Halt. Werkstatt. Holz, ich hol's, ich hol's. Das war ein tolles Lied. Holz. Oh. Okay. So, die Palisade ist wieder dicht. Was ist? Voll. Hast grad nicht gemerkt. Da hat Balke vor die Fresse gekippt. Hau da einfach auf mich ein, der Schauhund. So, jetzt der Portal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Jetzt passt das rein, ich würd so lachen. Doch, das passt rein. Ja. Oh, ja. Verbunden. Okay, wir können anscheinend direkt rüber. So, sollen wir mal? Ja, komm, auf. Geh du mal. Wuhu. Wuhu. Hola. Oh, hoi, 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 feuer, feuer. Chillas. Mir ist kalt, super. Super, wir gehen durch den Feuerring und dir ist kalt. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil, ja. Ah, ich habe edles Holz dabei. Brauchen wir nicht. Schiff brauchen wir. Das ist halt eine komfortable Art zu reisen. Ja, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man jetzt Sachen mitnimmt, wo nicht durchs Portal können? Dann kriegst du wahrscheinlich den Hinweis, das kann nicht durchs Portal. Okay, ich meine ja nicht, dass es verloren geht, weißt du, oder sowas. Das muss man ausprobieren. Ich probiere jetzt gerade mal ausprobieren, ich mache jetzt gerade mal ein paar Sachen in die Kiste. Okay. Ui. Ui. Ja, da ist er wieder da. Da ist alles drin geblieben. So weit ist alles drin geblieben. Ja, so ist halt geil, Axt reparieren und so, ne? Ja, eben, dann brauchst du auch nicht den. Ja, da ist alles drin geblieben. Wo man es auch verspielen drüben. Ja. 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 Wo? 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 wie es gesagt hatte hier bei mir links egal wie viel ist da drin 252 wo haben wir den scheiß uralten samen haben wir den über den trophäen steckt bei der artefakt was muss rüber und was was muss noch irgendwas rüber bevor wir jetzt drüben kupfer und so wieder bauen wir müssen jetzt was mitnehmen ins neue camp also das schiff ist klar damit das rüber transportiert können aber ich meine jetzt ob noch irgendwas wichtiges rüber muss falsch werkzeug haben wir dabei alles sonst hier bleibe ich hole jetzt gerade noch pilze und schmeiß die wir in die schweine da habe ich vorher welche reingeschmissen die fresse nicht so viel soll man nochmal penne hier können wir machen kommi nach scheiße für von außen zu machen kann es nicht schlafen warum dieser zeit hat dann halt nicht einer rüber gehen schon mal ja auch gehen und fahrzeug klopfen hast du pickel ist drüben der pickel habe ich hier ein habe ich bei mir rüber oder haben stu jetzt rüber dann brauche ich nicht mitnehmen wenn ich ehrlich bin dann hätte ich jetzt mehr lust gerade bis im schiff zu fahren ja dann fahrst du mit dem schiff da muss ich dir abgegeben da fangst du schon mal an mit kupfer klopf der andere auch noch ja okay jetzt nur noch mein hummel da raus dann brauchen wir nämlich jetzt gerade wirklich ich hätte hier noch feuersteinpfeile also 160 habe ich noch also das nicht rausstand wird okay weil man nur kupfer jetzt abbauen ja ja hauptsächlich kupfer also dann schaumpe ich jetzt rüber und baue kupfer ab ja das ist geil auch mit dem essen und so weiter naja und jetzt was wirklich brauchst das ist so luxus jetzt ja scheiße ich konnte das zweite geht nicht zu machen wie man es ist tor steht ein tor ist offen vom von der boots ausfahrt so wird jetzt nichts passieren wo sind die zwerge genau das zippel mit trollhemd hast du ja an ach toll voller gegenwind ist die frage soll man so ich noch in wir müssen die camps irgendwie benennen mensch camps camps sind ja keine camps sind dörfer also unser es gibt unser hauptdorf ja also unser braunmann name finde ich und die du kannst ja die symbole kannst immer einen text schreiben ja ja eben genau wenn man mir jetzt nach wikinger mäßig geht dann müssen wir halt so wikinger hör mal 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 na ja na und 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 also wird attackiert ich habe ganze jetzt auf der karte geguckt jetzt werde ich ihn wünschen bitte ich die werden durch klopfen angelockt ich habe noch nicht mal geklopft ich habe noch bekriegt ich habe überhaupt war noch im kampf die feuersteinpfeile gebe und ich habe mich jetzt aber dacht oder ich hab glaub ich mal ein respawnpunkt ne haben wir noch gepennt das ist ja jetzt kein problem mehr mit dem portal waren wir da unten ja ja aber waren wir doch wir waren da unten mit dem respawnpunkt gegen sein hoden sack brennt tolles haben wir fsk 18 nein nicht noch so ein scheiß durch okay Da hast du jetzt keine Lust mehr, Freund. Da hast du 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 keine Lust mehr, Freund. Ich gehe jetzt mal noch in das alte Camp und schaue, ob ich dort noch was mitnehmen kann. Okay. Ich bin in so einem Turm drin und habe gerade den Bruder zerscheppert. Du sollst Kupferklopfen. Entschuldigung. Ich muss mir ja alles bekämpfen. Also in dem Turm ist bestimmt irgendwas geiles drin. Deswegen meine ich das ja. Und das so bewacht wird. Wieder einer. Das gibt auch nicht. Ach, die grüne Neun haben wir hier noch viel Futter. Gut. Jetzt können wir mal liegen lassen. Die Augen nehme ich mit. Knochen. Das ist so. Das ist so. Samen. Das ist so. Das ist so schön. Ich weiß jetzt schon, wenn ich jetzt anfangen komme. Das ist so schön. Das ist so schön. hin so also das erste camp nennen wir nachher große wikinger stadt alte camp ja unser dorf hätte ich jetzt heimat genannt oder wie willst du es nennen also kannst du jetzt hier das roll ich weiß jetzt pass ich einmal nicht auf okay ich bin still auto toll kaputt steppe doch die bude hier ich glaube der bank grad scheißegal hauptsache ich habe gleich weggeschaut ja habe ich mir toll auf der guck der ist an den baumstamm dazwischen tollfalle gebaut sind das kann ich nicht aufnehmen weil er geht's klopfen Und weh, die lassen mich jetzt nicht in Ruhe arbeiten, ja. Ich komme mit Volldampf. Ich bin ziemlich Wellengang, ich hoffe das Wetter hält. Ich habe gerade allein einen Troll erlegt. Uh, das böse Wetter, uh. Ich komme gleich nach dir und dann haue ich dir eine in die Schnauze und Kerle. Ich mache gleich das Teamkill hier an. Ah! Besuch! Ich schreibe wie ein Mädchen. Ich schreibe wie ein Mädchen. Das ist geklatscht hier. Weg, ihr Schad. Wie alles rumliegt. Jetzt musst du in der Nähe vom Kupfer vorkommen. Laut meiner Aufzeichnungen müsste es da irgendwo sein. Ich sehe dich gerade übers Meer schiffern. Echt jetzt? Ja. Siehst du? Ja, auf der Karte halt. So. Ne, so aufs Meer sehe ich jetzt. Da ist der Wald noch zu dicht. Müssen wir erst noch abholzen. Rundfärgert. Nein! Ich schreibe da. Oh. Ah. Oh, leck. Und schreibe da. Ja, Alter. Die Augen und alles mögliche rumliegt, hättest du nicht normal. Gemetzel hat er angerichtet. Ja, ohne Witz, hier liegt echt alles rum. Alles weg, gemetzelt. Und da erstmal kommst du schon mal richtig schön aufräumen. Ich muss da erstmal nochmal zurück ins Heimatstädtle. Ich habe ja noch aus dem ersten Camper Zeugs dabei, aus dem ersten Dorf. Der Junior sollte sich mal ein paar Dorfnamen überlegen. Also ich meine, als Hauptstadt so von den Wikinger wäre natürlich Kattegat. Dann nennen wir das Hauptstadt Kattegat. Oh, jetzt war der Wind mir so gewogen, die ganze Zeit. Okay, jetzt zum Schluss, weil er noch G-G-Winnt. Dann nennen wir doch das hier Hai-Tabu. Was, Hai-Tabu? Ja, Hai ist eine alte Wikinger-Siedlung, große Wikinger-Siedlung in der Uschtsee gewesen. Ah, okay. Ich will dann nachher nochmal sagen, dann muss ich mir das nachher mal nur idiotieren. Ich bin jetzt in Hai-Tabu angelangt. Und beam ich gleich mal zurück zum Abladen. Fertigmachen zum Beamen. Zum Beamen? Beam mich ab, Scotty! Beam geht mir immer so auf den Sack. Das ist jetzt dunkel. Fast, mate. Ah, ich bin eh voll. Da liegt doch oben, gell? Ich klopf jetzt mal noch. Beschwindet ja nicht. Ach, Stein kann ich wegschmulen. Oh, träg ich zu viel. Ja, okay. So, jetzt trage ich nicht zu viel. Oh, gerade sage ich jetzt mal mein Maul zu, du. Oh, das ist ein grüner Scheiße. Das hat noch die Wildschweine gefüllt. Oh, noch eine andere Scheiße. Wo ist mein Bodyguard? Da heim. Und schielt sich auch einen. Toll. Paul zieht seine Gegakeule hier, du. Er kommt nicht hier. Oh, Gott. Ich bin hier am Zeugsausladen. Wie verrückt. Alter, fünf Viecher verfolgen mich. Guck, jetzt hast du da anmarschierst. Oh, jetzt werden es noch mehr. Ach, du Scheiße. Da geht es ruck ins Camp. Ja, ich bin doch unterwegs. Okay, ich kem. Ich werde gebeamert. Aber ja, Leute, bevor der Phil verreckt, machen wir lieber das Ende der Folge. Boah, ich mache eigentlich gar nur Spinn. Ich kann jetzt nicht mehr enden. Ja, ich bin gerade voll im Krieg. So, jetzt alle weggesammert. Vielen Dank. Alles habe ich weggeputzt. Ja, kaum bin ich da. Backe, du. Kaum bin ich da. Wir sind ja früher gekommen. Papa, du. Oh, hier liegt Zeugsraum. Hast du das gewusst? Hier, hier bei mir zieht die Zeugsraum hier. Massenhaft. Das ist tot, Phil. Oh, Scheiße. Triss mal was. Wie mache ich mal? Ja, so da. Ich bin doch da. Achso, bist du da? Trotzdem danke fürs Zugucken. Ja. Daumen, Abo, Glocke, wie immer. Like. Bis dahin. Tschüssi. Aui. Aui.